Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zur letzten Aufnahmesession in diesem Jahr. Wir haben den 30.12. und ich werde versuchen jetzt mit Nekor noch ein paar ordentliche Runden hinzubekommen. Ich habe mich auch schon gerade ganz kurz gehört. Hallöchen Nekor, wie geht's dir? Hallo, hallo. Ja, gut und dir? Ja, super toll. Wir haben bald Silvester. Für euch war das schon gestern, hoffe ihr habt ihr gut reingerutscht. Wir sehen uns dann gleich in den ersten Runden. Bis gleich. Bevor das Video jetzt losgeht, hier ein kurzer Hinweis zu meinem Partner. Bei AOR kannst du Credits, Blueprints und Items extrem günstig kaufen. Und mit dem Gutscheincode ANYART sparst du nochmal 3% auf deinem Einkauf. Der Link ist in der Videobeschreibung, check den gerne mal ab. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, damit willkommen zur ersten Runde. Ich versuche jetzt eine richtig geile Runde mit dir rauszuhauen, okay? Ja, natürlich. Sind das Premates gewesen? Ich wusste es nicht wegen dem Kick-Off. Ich bin da, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin Mitte, ich bin da, ich bin Mitte. Oh, schade. Ich habe eine Komite gehabt. Einmal im Leben, ein Pass, ne? Ja, okay. Oh, oh. Oh Gott, ey. Ich habe schon gesehen, so, what the fuck? Ich habe nicht gedacht, dass er reingeht. Da habe ich gesehen, scheiße. Alter, das ist ein Move. Auf links. Ja. Ja, komm. Magatium. Mach ich wieder gut. Kade. Lass liegen. Oh Gott. Schön. Ja, du hast ja gut gemacht. Oh, ja. Sehr, sehr knapp wieder hier so. Ich habe sehr, sehr spät gecallt, ich weiß. Ja. Ich mache eine Backroll. Okay. Noch mal für dich. Ich bin nicht da. Ich habe eine Backroll gemacht. Ja, ja, ja. Aber den hast du doch, da gab es man. Ja, aber normal für dich so. Der Ball ist in der Mitte und liegt in der Mitte. Weißt du, ich habe gerade eine Backroll gemacht, mir einen Boost geholt. Oh, ja, ja, ja. Geh, 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 geh. Lass liegen. Wie, Tom? Du musst meckern. Ja, da sagt der. Nochmal für dich, weißt du, ich bin hier hinten in der Ecke so. Nochmal für dich. Ja, der muss halt da hinfahren dann. Ich aber auch erstmal, Junge. Ja, das meine ich doch. Nein, die callst du dir super. Ich call ja auch immer jeglichen Scheiß. Geh, schaffe ich nur dann. Aber das habe ich nur. Ich mache den Geschirrten wieder, ne? Ich habe gar keinen Boost. Deiner jetzt? Hast du gar keinen Boost? Nee, nee. Jetzt habe ich Boost. Oh, schade. Oh, ich habe ihn noch. Kein schade. Oh, ich wollte ihn zerstören. Aber brauche ich nicht. Er hilft uns. Ist der eine vielleicht wirklich das Anti-Mate, weil er eben schon was geschrieben hat, so was komisches in den Chat? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Deiner? Nee, hat er nochmal. Ich wollte das noch abraten. Mal für dich. Nee, der war schwierig, aber ich mach drüber. Würde ich dann jetzt vielleicht übernehmen, noch nicht ganz, leider. Oh, den hast du. Oh Gott. Ja, perfekt hingelegt für dich. Meine habe ich nicht. Wo musst du hin? Meine war auch wichtig, so zu spielen. Ich bin nochmal oben am Backboard. Oh, wow, Alter, du bist ja richtig. Gut. Ich komme aber an keinen... Alter. Was denn nochmal schön? Ja, mach ihn rein. Wer ist denn jetzt hochgegangen? Ich verkeh. Nice. Ich war ihm zuerst mal gechillt. Der ist hochgegangen, da. Oh ja, oh ja. Habe ich leider überhaupt nicht gesehen, so. Aber jetzt dann doch, ja, ja. Aber nochmal gut gegangen. Ist das ein Pre-Mate? Nee. Nee, das sind keine. Oh, schön. Ja, ich kann ihn vielleicht zerstören. Oh nee, habe ich verpasst. Aber ist halt deiner. Was? Lol, das ist mein Tor? Ja, ich habe nichts gemacht. Also, ich bin daneben gesprungen. Was? Da, ruhig. Aber ich wollte dir nur lassen, Alter. Alter, das ist mein Tor gewesen. WTF? Okay, ja, nice. Wollte dir nur lassen, also. Ein Geben und Nehmen, so. Ich nehme zwar gerne, aber... Ein Gebel nicht so gerne, aber trotzdem. Gut. Alles gut. Okay. Schön. Aber ich habe keinen Fuß. Die sind selber weg, die beiden. Ja, finde ich in Ordnung. Auch schade. Ich habe einen Boost geklaut. Das war für dich. Kein Boost. Kein Boost. Hinten habe ich meinen Cosmo Boost hier geholt, so. Ja, hol dir mal. Oh. Oh nein. Der wird drin sein. Jo. Ach, schade. Der hat es halt wieder so ausgekontert, wie man es... Ich bin da von sehr, sehr weit hinten angeflogen, so. Deswegen haben wir beide vorne. An der Stelle. Oh nein. Oh nein. Alles gut. Oder auch nicht. Alter Schwede. Da kommen wir nicht ran. Alter, jetzt ist es nochmal richtig knapp hier, obwohl es eigentlich schon so safe war. Ja. Aber ey Leute, ihr wolltet spannende Runden haben, ja? Und ihr bekommt spannende... Und zumindest habe ich es in meiner Aufnahme, also in meinem Dankeschön. Ich mache eine Backroll, bin ich in der Mitte jetzt. Komm. Einer ist tot. Gerade. Aber nochmal rein. Warte da so 10 Sekunden. Ja, auf jeden Fall, ihr wolltet ja spannende Runden haben. Ich hoffe, das ist eine einigermaßen spannende Runde. Also ich war genau ausgerichtet. Okay, ich bin noch auf der rechten Seite. Ja. Oh, schön. Die Bälle einfach nur liegen, ne? Ja, die machen das halt so. Die drücken meine Gegensätze in Richtung, wie ich drücken will. Gerade. Oh Gott. Alles gut, weil ich habe den dann, wenn du den nicht hast. Wow. Nice one, schön. In mein Gesicht rein. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ja, nochmal gegen die Wands. Im Gesicht wird man nicht schwanger, das ist ganz gut. Nee. Erstmal muss ich das trinken. Warte mal, da habe ich leider noch keine Chance, irgendwo irgendwas zu tun. Ich wollte nochmal spielen zu dir. Du bist doch ein Arsch. Ich will dir nochmal den Ball vorlegen. Das war so eine schöne, das war so eine Highflip mit Pass auch noch. Ja, ja, ja. Das ist Ende. Ja, erste Runde, ganz knappes Spiel. 5 zu 4 nur. Mega spannende Runde. Ist doch gar nicht vorbei, ne? Hat ja auch aufgegeben. Ja, doch, das ist doch 0 ist die Sekunde. Bei 0 ist vorbei. Dann konnte ich doch die Siege, weil... Ja, egal. Ja, keine Ahnung. Du bist gleich zur zweiten Runde, leider. So! Zweite Runde, jetzt nochmal einen zweiten Sieg hinterher lümmeln. Das wäre toll. Das wäre richtig schön. Sein Lieblingsmap. Ah, Tokio ist natürlich wieder... Ah, der eine macht einen schönen Anschluss, aber gegen den fahre nur ich zum Glück. Und du ja dann nicht. Ist das ein Premade-Team? Ist sogar ein Premade-Team? Oh, der ist vielleicht. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Schön. Ah, schön. Habe ich nochmal? Ah, ich bin aber erstmal hinten. Jetzt nochmal für dich. Oh, schön. Schön weiter Flucht, du. Danke. Ach, was denn? Der ist sehr hoch, sehr lange in der Luft. Alles gut. Oder kommt direkt der Nächste? Oh, den habe ich auch nochmal. Nein, das hätte ich auch gehabt. Da wollte ich mich fast schon wieder falsch positionieren, indem ich... Warte. Okay. Alles gut. Habe ich? Oh nein. Indem ich da in die andere Richtung fahre. Aber ich bin nur noch weggemacht. Muss ich jetzt mal rauskommen, dann so. Ja, kann man nicht. Alles gut. Schade. Hätte da rauskommen können vielleicht, wenn ich jetzt gefahren wäre, aber hätte ich schnell fahren müssen. Habe ich leider nicht so schnell geschaltet und dann war es zu spät. Ja, aber alles gut. Ja. War ja nur der Anfang. Ja, die machen schon ein gutes Spiel. Die haben schon irgendeine Luft vor Ort. Habe ich? Ich habe keinen Boost. Nicht bekommen. Immer noch keinen Boost? Nee. Jetzt Boost? Nee. Aber jetzt. Okay. Machst du mir? Ah, schwierig. Weil er auch genau da ist, der Typ. Geh du drauf bitte gleich, wenn es geht. Ja, kommt hier aber nicht. Schade. Ah, ich musste, der hätte da früher callen sollen, damit du da noch... Weil ich habe gesehen, wir fahren beide wieder in die Richtung weg und so. Aber knapp noch. Let's go. Oh, ich bin auf der rechten Seite. Mhm. Schön. Schön, sagt er. Nichts gemacht. Ja, dass er nicht reingeht. Mann, ey. Nächste Sache ist es schade, dass er nicht reingeht. Ey, wir kommen nicht raus, ne? Ja, das stimmt. Ja, schön. Schade. Oh. Machst du nochmal? Alter, war krass. Oh, Mist. Ja, so wollte ich ihn haben. Schade. Ah, ich gehe mal drauf. In der Mitte? Ja, schwierig. Ja, schwierig. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr raus, aber... Ich muss mir langsam mal ein bisschen Druck aufbauen hier. Oh, nein. Oh, nicht so. Also nicht vor uns den Druck aufbauen, ja? Achso. Ich dachte, du brauchst diesen Druck, um gut zu spielen. Oh, jetzt aber komm. Ah. Mitte ist halt echt... Also wirklich, das ist unfassbar schwierig für mich, so einen Ball reinzumachen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, das gut abzuschätzen. Ich bin einfach nicht der Mittelstürmer, so. Aber eigentlich musste ja bei Rocket League alles sein, so. Aber... Ah, doch, du klatsch. Ja, du callst hier. Gleich innerhalb von fünf Sekunden. Das ist echt manchmal lächerlich für den Spiel. Aber gut, wenn du halt faked und ich halt drauf war, ne? Ich wusste, die waren Primates. Und guck mal, besser kannst du dich in die Ecke böllern. Auf, auf rechts, ne? Jupp. Okay. Ja, ist gar nicht immer so scheiße. Hat er aber, also. Der andere auch nochmal. Hab ich. Beide sind hinten gerade. Einer ist wieder vorne. Oh Gott. Hab ich ein bisschen weggeschubst. Einer vielleicht? Ne, er hat gar keinen Boost. Oh doch, hab ich. Ich wusste nicht, dass er weggeht. Hab ich. Ja. Kapus. Ja, den wollte ich mit dem zusammen pushen. Genau. Schön. Boah, es ist ein schwieriges Spiel, Leute. Aber ein spannendes. Und so muss es ja auch sein. Na, nicht gut. Na, bist nicht da jetzt, ne? So, glaube ich, wenn du da bist. Denk ich drauf. Okay. Okay. Na, den krieg ich nicht. Hab ich. Schön. Ja, geiles Ding. Ah, schade. Hätte ich auch direkt reinmachen können. Ja, ich hab gewusst. Der Rübe hat mich gemacht, aber alles noch gut. Ah, Bayerchen weggerammt. Ich bin hinten im Tor. Ja. Hast du den nochmal irgendwie, bitte? Ne, den du. Ich bin im Tor. Ich hätte ihn lieber angenommen, den Ballen. Ja, wusste ich nicht. Hast du. Come on. Schönes Ding. Und den hast du nochmal. Schön runtergemacht. Auf links, come on. Jo. Machst du deine Backroll wieder? Nein. Aber der kommt auf links. Sehr gut. Bin durchgedrückt. Komm mal fertig. Schön. Aber kann ich da nichts mitmachen. Mit dem? Schön, wichtig. Alter. Ich geh mal drauf. Ja. Nein. Alles gut. Schön, schön. Oh, pass auf, der rammt dich. Ja. Ja. Fabian, alles gut. Ja. Oh nein, schade. Oh wow. Der hat mich einfach... Ich fand einfach wow. Der hat mich noch was dafür. Sein Mate hat mich reingerannt. Weg. Alles gut. Du bist durch. Du bist durch, mein Freund. Du bist durch. Yes. Yes. Alles gut. Alter, war das ein gutes Match. Ja, das sind die spannenden Runden, die ihr wahrscheinlich sehen wollt. Dankeschön fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder. Haut rein. Macht's dann. Tschüssi Klowski. Tschüssi. Macht's dann. Tschüssi Klowski. Tschüssi Klowski. Tschüssi Klowski. Tschüssi Klowski. Tschüssi Klowski.